I'm the fun, I'm the fun Da nochmal die alten Gänge, wo wir schon mal waren Ja, auf jeden Fall Schön, schön Äh, pfff Ja Ich weiß halt nicht Verschlossen Machen wir die verschiedenen Schlüsse für verschlossen Oh Schlimmeres passiert wäre Die Arbeiter hören nicht auf Die, äh, Gerüchte und Legenden zu teilen Die sich um dieses Herrenhaus drehen Einige von ihnen schwören Seltsame Dinge in diesem Haus gesehen oder gehört zu haben Wenn es so weiter geht, kann, äh, kann ich sie nicht auf der Baustelle behalten Also, da waren wohl mit, also Arbeiter, die haben wohl das Haus renovieren Wenn es einer nach dem anderen dann abgemurkst worden Da war es auf dem Boden? Nee Wir haben irgendeine Kleinigkeit übersehen Sinn, aber ich kann hier ja nichts benutzen, gar nichts Also, ein Tresor mir auch noch Ja Inzwischen 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 Et es wahrscheinlich Weir sind Tod Weir sind Tod Was ist in dieser Haus Hier Es ist проп CP Unfall W Tous In diesem Haus In diesem Haus In dem Haus After much research, we discovered the existence of five artifacts that were used to conjure this demon into the world. It seems that these artifacts make it invincible. The only way to get rid of it would be to destroy these evil items by burning them. We specified the shape of four of the objects, but unfortunately, we didn't find any information about the fifth artifact. For now, we'll focus on the search and destruction of the four items we've specified. We'll have to separate to save time. I know it's a huge risk, but it's the only option we have. Keine gute Idee gewesen. Seid ihr alle tot. Binde die fünf Artefakte. Ephraim! Aic! And now we go out here again now. jumps in again. Yes! Go there again? Yes. Toll, die triggert aber echt früh, das kriegt man doch fast gar nicht mit. Ach, da sind wir aus dem Keller gerannt. Das ist mir zu dunkel. Das ist mir zu dunkel. Oh, beseitigen Tür. Eine letzte Sache, wenn du einen sicheren Bereich betrittst, schließe unbedingt die Tür hinter Tür. Habe ich mir schon fast gedacht. Macht Sinn. Oh, das ist so ein... Gut, also wenn wir weglaufen, musst du dir deinen Ort ja merken, ne? Tolle Knödel. Oh, ach, das ist Speicher. Ja. Das hier, gell? Ja. Jetzt haben wir gespeichert. Wow, 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 hopper, ja. Schön. Boah, den kannst du eigentlich offen lassen, ne? Oh, ist ja nur zuzumachen, wenn ich, wenn ich da rein bin. Boah, ich glaube, dir geht sowieso irgendwann zu, ne? Ich weiß es nicht. Wo lang soll ich? Geh mal da rechts. Noch nicht in den Keller. Creepy. Creepy. Creepy, Coco. Die Arbeit schreitet sehr langsam voran. Seit das Verschwinden zweier Arbeiter, die Arbeiter sind verängstigt und viele sind geflohen. Seit das Verschwinden. Oh Gott, ich bedauere, die Arbeit abbrechen zu müssen. Es ist für uns unmöglich, unter solchen Umständen weiterzumachen. Es ist keine Frage von einfachen Legenden, die sie... Dieser Ort ist wirklich verflucht. Das ist ja furchtbar, diese Grammatik. Wenn ich ihnen einen Rat geben möchte, ist es so schnell wie möglich, dieses Haus zu verlassen. Es ist kein Ort, an dem man leben kann. Oh. Habe ich auch schon gemerkt. Wo lang? Oh, geh mal links. Geben wir alles so nacheinander. Ah, ich wusste, da glänzt was. Ernsthaft? Ich habe keine Bock auf so Spielchen. Gib mir die Schlüssel, du. Du assi. Ich soll jetzt unter den Tisch klettern. Ist jetzt der Ernst, oder? Da passiert eh was. Natürlich passiert da was. Ich gucke da mal so. Ja, okay. Ne, da ist nur ein Kind dran. Ja, nur den schüssen. Oh. Was? Ja! Was? Oh, ich muss rennen. Kannst du mal? Ich muss rennen. Ja, klar. Ne. Okay. Ist das ein Ernst oder was? Was für ein Tricks ging. Nein, ich habe nichts gegen Kinder. Nur gegen Geisterkinder. Mach einmal hier mal, die. Du hast was gegen Kinder. Hä? Aber das ist doch kein Skorpion, Dings. Kann ich jetzt hier durchgehen? Ja, genau. Was sind wir denn hier? Keine Ahnung. Trenn dich mal um. Geh mal da lang. Ach, hier sind wir wieder. Ach, hier sind wir. Ah ja, jetzt kannst du die Tür ja auch hier aufmachen, ne? Haben wir den Schlüssel? Ja. Reik auf den Schatten. Ja. Ey, wir haben Strom. Danke. Nö. Ach so, das ist Stier. Das ist gar nicht prügend. Guck mal, was für ein Schlüsselweb. Das ist Stier. Wir haben Krebs. Krebs. Ach, meine Krebstür hier. Ja, unten. Nee, oben, oder? Dann gehen wir hier links weiter. Das ist aber auch schon. Okay. Dann da rein. War ja einladend. Hallo. Ja, danke. Sie sind hier eindeutig nicht willkommen, finde ich kacke. Äh. Ah, jetzt sind wir hier wieder am Anfang. Äh. Drei. Wir nehmen sie was für eins. Allee, ich steh. Ich weiß, die Flüge war ja eh nicht hoch. Kannst du das Kram auf Wunnen machen? Hab ich, glaube ich, schon mal versucht, aber... Wo lang? Links, oder? Hier. Nee, zurück. Da war doch eine Tür, oder nicht? Das ist aber Stier. Da kommen wir wieder nicht durch. Dann untersuchen wir nochmal alles. Wollen wir wieder was übersehen. Also scheinbar muss man auch echt oft auf dem Boden gucken. Aua, mein Bein. Da ist doch eine Witter. Tür. Ja. Ah. Äh? Ach, das ist auch ein Schutzraum. Ah. Müssen wir uns auch merken, ne? Ja, genau. Tschüss. Okay. Äh, wo sollen wir jetzt lang? Links. 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 Ja. Ja, sorry. Kommt halt immer gerade drauf an, wenn ich mich drehe. Drehe. Dann wieder links. Ach, das ist auch unser Kumpel. Hi. Wie groß ist der bitte? Das ist nicht unser Kumpel, der sieht ein bisschen schräg aus. Du wolltest mal Hallo sagen? Hey. Kannst mal Schiff drücken? Wo ist jeder? Hallo. Kannst mal Schiff drücken? W-Wait. W-Where sind Sie gering? Was ist hier passiert? Ja. Das Fenster ist so großartig. Was ist das? Ich habe nie geguckt aufs Fenster. Oh, das. Der ist doch da durchgeflogen. An den Geisterkrieg. Hier. Das können wir aufschließen, ja. Ich denke immer, da läuft jemand. Eine 4. Und eine 8. Bitte schön. Danke schön. Creepy. Musik 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 Musik